jo leute was geht ab und herzlich willkommen zu diesem video und heute will ich mal über ein thema sprechen was mich sehr sehr lange belastet hat und ich weiß nicht ob ich es schon mal angesprochen habe aber es geht um einen vater aber danach kommen wir noch zu anderen themen auf jeden fall mein vater ist gestorben seit er ist schon gestorben seit 12 12 2011 da ist er gestorben da war ich zehn jahre als leute zehn jahre und jetzt bin ich 16 werde 17 das ding ist ich habe so ehrenlose hunde noch nie erlebt ohne witz ich wurde heute früh angerufen über anonym sagt so hallo wer ist da er sagt ich bin dein vater ich dachte mir so digga was sind dein problem dann ich frage ihn so ruf doch über deine normale nummer und er sagt so nee ich will nicht dass du meine nummer hast ich sag so egal ich hätte damit eh nix gemacht ich hätte die einfach nur blockiert damit er mich nicht noch mal anrufen kann auf jeden fall wollte ich das filmen wenn rüber gegangen zum zimmer von meinem bruder wollte da sein handy holen also jacons zweiter auf jeden fall habe ich es nicht gefunden leider ich wollte eigentlich film wie der wie frech der war ohne witz aber wirklich auf jeden fall das schon mal die erste sache die mich übelst abfällt wenn leute nicht mal wissen was passiert ist mein vater ist tot und dann kommen so ehrenlosen hunde die einfach sagen ja ich bin dein vater dies das heute ohne witz digga ich denke mal vor dein vater wer tot ich rede jetzt mit dem der mich angerufen hat ich hoffe du siehst dieses video schwöre ich hoffe du siehst es auf jeden fall ich denke mal vor dein vater wer tot und ich rufe jemand an und sagt ich bin dein vater digga hier du Hund treff dich mit mir komm eins gegen eins ich mein es ernst kommt kurz auf not ich fick dich du Hund komm dieses thema ist jetzt vorbei aber wir fangen jetzt mit dem nächsten thema was mich auch übelst abfuckt leute auf whatsapp und auf insta und auf snapchat schreiben mich so viele leute an mit der gleichen nachricht und zwar deine abonnenten sind inaktiv hör einfach auf sollte auch wenn meine abonnenten inaktiv geworden sind es ist normal dass abonnenten irgendwann werden jede abonnenten in aktiv werden ich mein guckt euch miguel pablo an der hatte so einen krassen hype jetzt hat er 100.000 klicks pro video mit 700.000 abonnenten ohne witz das ist genauso wie bei mir bei mir 1000 klicks vielleicht jetzt gerade mein neues video hat gerade mal 500 klicks leute es juckt mich nicht wie viele klicks ich habe meine abonnenten sind inaktiv geworden weil ich inaktiv geworden bin verstehst du das ich meine ich rede jetzt mit jedem mit jedem youtuber der jetzt youtube macht der jetzt meine videos verstehst du wenn du einfach mal inaktiv auf youtube wirfst dann werden deine abonnenten direkt auch inaktiv oder irgendwann werden auch einfach deine abonnenten einfach so inaktiv weil die einfach irgendwann kein bock mehr haben dich zu gucken vielleicht wirst du dann uninteressant keine ahnung was mich noch abfuckt diese ganzen youtube heuchler die irgendwelche videos gegeneinander machen youtube deutschland ist schon so gefickt digga ohne witz youtube deutschland ist so gefickt wird niemand macht mehr normale videos niemand macht guten content mehr ich sehe keinen guten content mehr auf youtube ich meine ich bin auch nicht viel besser ich habe auch clickbaits bei seinem vater früher gemacht diese ganzen beefs auf youtube wahrscheinlich manche sind gefakt manche sind unnötig einfach unnötig manche übertreiben mit den videos lejanko lejanko ich meine lejanko digga wer dreht 53 videos über drei youtuber 53 videos über drei youtuber digga dumm ohne witz komm fick mich weil ich dich erwähnt habe ich meine ich habe ja eine memo von dir wo du gesagt hast wenn ich ein video dich einmal erwähne wirst du mich ficken komm fick mich du Hund aber wisst ihr was ich meine guck mal wenn ich jetzt locker lejanko wird jetzt nichts mehr machen das war früher weißt du früher hat er noch so 50 bis 60 tausend abonnenten da hat er gemeint dass er mich ficken wird wenn ich ihn einmal im video erwähne ich habe dich jetzt hier einmal im video erwähnt mal sehen ob du mich ficken willst mal sehen ob du mich beiebelst aber anscheinend habe ich wahrscheinlich zu wenig abonnenten für dich safe ich habe zu wenig abonnenten für dich weil du ja nur bei den großen youtuber beef mit machst sieht man ja an yon samiri du machst da direkt mit weil du weißt dass er viele abonnenten hat wo du viele geiern kannst viele klicks machen kannst schön auf deinen nacken digga schön viele klicks abschauen kannst aber wenn du gegen mich ein video machst ach nee das macht er erst gar nicht weil er gar keine klicks bekommen würde youtube ist so eklig geworden